ARD Text im Auftrag von Funk Ja, wir haben jetzt 10 Jahre gell Ja genau, vor 10 Jahren haben wir angefangen zu rodeln, mit zwei zusammen zur Union, weil wir 2002, 2003 sind wir das erste Mal runtergefahren Naja, das ist gut angefangen eigentlich Naja, sind wir gleich dritte Mal mit der Mannschaft gefahren Ja, drei Jahre später ist es noch soweit gewesen Sind wir zur Union, wir haben nach Kölkere gefahren und haben gleich gewonnen Aber ist auch schon sechs Jahre her Sechs Jahre her, das waren noch schöne Zeiten Mannschaftswarte gleich waren Neues Umgang mit der Kämpferei Ja, dann sind wir auch gekommen zu den Erwachsenen in Saakada Haben wir uns am Anfang ziemlich schwer getan Bis zur WM in Igels eigentlich, oder? 2007 2007, da waren wir kurz Favoriten Ja, da waren Igels in seiner Heimbahn Haben wir alle live aus dem Kopf und den Zangen gekratzt Und nach dem ersten Laufkleid sind wir gleich zu Worte geworden gewesen, gell? Zu früh gefahren Ja, zwei Jahre später Bei der WM in Regressit Bei der WM in Regressit Haben wir nachher unsere WM-Medaille angeholt Mit der Mannschaft auch wieder Sind wir mit der Nina Reitmeyer und mit dem Fister Daniel Auf dem zweiten Platz gefahren Auf dem zweiten Platz gefahren Ein super Rennen gehabt Ja, nachher ist eh schon das 2010er Jahr gekommen Da haben wir das erste Mal zugeschlagen, ja? Ja, sind wir in Salt Lake City War das super Rennen Sind wir mit Andreas und Wolfgang zusammen auf dem ersten Platz gefahren Das erste Mal, glaube ich, seit 60 Jahren, dass es das gegeben hat Dass zwei gleiche Nationen auf dem ersten Platz waren Ja, nachher war diese Saison jetzt die beste Saison von uns Ja, Heimsieg Souverän gegangen eigentlich In Igels Ja, jetzt gleich das zweite Rennen war super Da sind wir in Wissler Auf der nächstjährigen WM-Bahn sind wir zweiter geworden Dann haben wir uns ein bisschen schwerer getan Dann sind die deutschen Bahnen gekommen Da sind einfach die deutschen sehr, sehr stark Dann sind wir nach einmal zweimal Vierter hintereinander gegangen Dann ist weiter nach St. Moritz gegangen Ja, und nachher ist die WM gekommen Da haben wir ein super Training schon gehabt Und dann ist das Rennen gekommen Wir haben gewusst, den Andreas und den Wolfgang zu besiegen Wird ganz schwer Aber wir haben nachher zwei super Life gehabt Und die Medaille ist sich nachher rausgegangen Der dritte Platz ist eine große Eignismedaille Das war eigentlich eine gewaltige Sache für uns Ja, da haben wir uns schon gedacht Das war das Highlight der Saison Wir sind nachher ins letzte Rennen noch locker eingegangen Ja, und im Nachhinein Was ist das spannendste Rennen in unserer Karriere? Wir haben nach dem neuesten Lauf geführt Die Linger verhaut Und das ist also nicht so eine Handlinge auf dem zweiten Lauf Wir haben gewinnen müssen Ansonsten waren sie nicht Gesamtweltcup-Sieger So sieht man, wie der Gesamtweltcup schwer ist Sie haben genau einen schlechten Lauf in der Saison gehabt Sie sind jedes Mal auf dem Stockholl gewesen Und am neuesten Lauf waren sie der 13. Sie sind auch auf dem Platz 7 noch vorgefahren Aber sie haben uns gebraucht, dass sie den Gesamtweltcup-Sieg einfahren Und wir wollten ihn in seinen neuesten Meistertitel holen Dann haben wir eine volle Lauf gelassen Dann haben wir schauen, wie es rauskommt Bahn Röchert gefahren Europameister geworden Und durch uns sie Gesamtweltcup-Sieger War natürlich ein Traum für uns Ja Und jetzt hoffen wir, dass in den nächsten Jahren Besonders jetzt unser nächstes großes Ziel ist Zu unserer ersten Olympiade zu fahren, nach Sochi Und wir werden als Station liegen, dass wir da in Zimeraille einfahren können Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020